Guten Morgen, Schalke. Ich war jetzt gerade beim Frühstück. Wir haben es jetzt hier in Portugal fast 9 Uhr. 8.58 Uhr oder so. Ich gehe jetzt einmal zur Physiktherapie. Hier ist der one and only Holger Blumenstein. Der Mann, der hinter einem steckt. Das ein und alles andere Teams hier. Die geile Socke. Wie lange musst du schon bei Schalke? Wie lange hast du schon eingestellt? 12 Jahre. Nein, du bist länger. 12 Jahre. Ich dachte länger. 12 Jahre fährst du jetzt hier. Ja, dann ist das doch nicht so eine coole Socke. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt auf dem Weg zur ersten Einheit heute. Heute Morgen haben wir nochmal ganz normales Abschlusstraining, wie sonst auch. Weil wir spielen ja auch morgen. Die Sonne blendet gerade richtig, wie ihr es sehen könnt. Die Sonne ist richtig schön draußen. Wetter hat fast gestolpert. Wetter ist heute richtig schön. Wir haben heute ganz normales Abschlusstraining, wie sonst vor jedem Spiel auch. Weil wir spielen ja auch morgen unser erstes Tischspiel in diesem Jahr. Wir sind alle hochmotiviert und hoffen, dass wir uns da gut präsentieren. Und das ist unser Fitnessstück hier. Es gibt noch ein paar Sportskanonen hier. Zum Beispiel Baumi. Baumi. Da reagiert nicht, da kommt Bock. Ja, und die machen wir jetzt. Aber wenn wir noch was haben, dann gehen wir ins Ausball. Guck mal, Schalke. Wir haben hier einen Bodybuilder. Aber den würde ich zerfleischen mit einer Hand einfach. Guckt euch den halben Arm am Arm, ey. Jetzt tut er noch so, als wäre er breit. Guckt ihr dafür, guckt euch das mal an, ey. Total bescheuert, ey. Ne, wir sind jetzt Tisch mit der ersten Einheit. War anstrengend, aber war alles okay. Hallo, moin. Ja, warte. Ich mach kurz ein Bild. So, wir hatten jetzt die erste Einheit. War nicht anstrengend, aber auch nicht. War auch nicht locker jetzt. War ein ganz normales Abschusstraining. Ein bisschen Standards durchgegangen, ein bisschen wie wir pressen wollen. Was wir mit dem Ball machen wollen und was wir gegen den Ball machen wollen. Morgen gegen Wolfsburg. Dann war ich jetzt gerade noch schön in der Eistonne. Okay, schön ist das nicht, aber es tut dem Körper sehr, sehr gut. Und ja, jetzt gehe ich gleich unter die Dusche. Mal gucken, was mein Roommate Brian macht. Mal sehen, was der macht so. Der Rabauke. Und dann haben wir gleich Mittagessen. Noch eine Besprechung. Und dann werde ich mich, denke ich mal, wieder klassisch wie immer kurz aufs Ohr hauen. Und dann haben wir später noch eine Einheit, wo wir ein bisschen Kraft haben. Ja, aber sonst ist heute nicht mehr viel auf dem Plan. Jetzt nur noch regenerieren. Damit wir morgen fürs Spiel fit sind. Und dann werde ich euch im Laufe des Tages weiter mitnehmen. Und schreib mal bitte gerne rein, was ihr gerne sehen wollt. Weil dann habe ich mehr Ideen, was ich machen muss. Weil ich bin jetzt noch nicht so der Vlogging-Pro. Simon, falls du das siehst, gib mir noch mal ein paar Tipps, wie man das so macht mit der Cam hier im Gesicht. Guck mal Schalker, wer da ist. Ein wahrer Schalk-Fenster. Hey, hör dir auch Schalker Sachen an. Was geht ab, Simon? Willst du mal was sagen für die Schalker YouTube-Seite? Alles gut. Möchtest du nichts sagen? Doch, aber die Verbindung ist schlecht. Aber du bist jetzt im Vlog drin, du musst irgendwas sagen. Einmal Schalker, immer Schalker. So, in dem Sinne. Warum bist du nicht zufrieden mit meinem Vlog? Schalker. Happy Birthday to you. 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 Wir probieren jetzt den Lange auf die Kamera zu kriegen. Ey Maschine. Wie steht? Hier steht. Ey. Geke, da jetzt hier, hier ist es. Lange aber, jetzt haben wir noch Fragen. Wie gefällt dir das Training? Klar gibt es dir? Natürlich sehr gut, Geke. Und, wie geht es dir? Bisschen müde, aber sonst ganz gut. Ich muss aufhören, sonst krieg ich gleich einer. Thomas! Komm her, mein Freund. Komm her, wir tun den Schönen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht gut. Es geht dir gut? Ja. Da ist unsere liebevolle Medienbrauch. Social Media Team hier. Jetzt leuchtet sie weg, sie ist bisschen schüchtern. Und hier ist Brian. Mein Freund. Ja, Bruder. Es geht gut. Wie geht es dir? Ja, sehr gut. Sehr gut, geht es dir? Jetzt? Jetzt ist es okay? Essen? Essen jetzt und da? Und danach schlafen. Schlafen danach? Schalke, guck mal hier. Das ist eine Legende. Ey Katze, wie lange bist du hier? 25 Jahre. 25 Jahre Schalke? Leute, das ist verrückt. 25 Jahre Schalke. Den kannst du nicht. Das ist schön verrückt. Ey Blume, hier ist der Nächste. Schon wieder einer? Der ist auch 30 Jahre. Beide unsere Zeugwärter. Unsere Männer, die alles für uns tun. Kike, ich habe mir heute mit deinem Vater unterhalten. Ja, Blume hat mit meinem Vater telefoniert. Grandiös, sagt er. Die Beile, das ist du. Deine Socken. Wie fühlst du jetzt? Du fühlst dich gut? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und was nimmst du dir so vor für die Rückrunde? Ähm... Wie? Wie? Bro, deine Beile für den zweiten Rund, du kennst. Ah, ja, ja. Vielen Tor. Vielen Tor? Vielen Tor? Ja. Ähm... Bro, viele Wunsch. Ja, vielen Tor, viele Wunsch. Und die Befeaten. Befeaten, ja. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, gut. Du? Ja, hoffentlich viele Tore. Ja. Viele Tore. Viele Spielzeit. Und natürlich viele Wunsch. in front of our cool, in front of our fans, you know? Ja. Damit wir schön mit euch die Siege feiern können. Und ja, aufsache viele Siege, viele Tore, viel Spielzeit. So. Wir gehen jetzt zum Essen. Und dann nehme ich euch vielleicht später nochmal mit. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin echt platt. Kann sein, dass ich gleich schon schlafen gehe. Ich bin jetzt mal her. Bis dann. Ja. Bis dann. Bis dann. Ja. Bis dann. Beste. Untertitelung des ZDF, 2020